Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Briefkasten an einem ganz gewöhnlichen Morgen und finden zwischen den üblichen Rechnungen und Werbeprospekten einen offiziell aussehenden Brief. Mit zitternden Händen öffnen Sie ihn und lesen die unglaubliche Nachricht, ab sofort erhalten Sie zusätzliche 450 Euro pro Monat zu Ihrer Rente. Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Nun, für viele Senioren in Deutschland könnte dieser Traum schon bald Wirklichkeit werden. Mein Name ist Anna Schmidt und heute sprechen wir über eine bahnbrechende Neuigkeit für Rentnerinnen und Rentner ab 60 Jahren, ein Bonus von satten 450 Euro zusätzlich zu den monatlichen Zahlungen von 3.000 Euro für diejenigen mit einer stationären Rente. Aber was genau bedeutet das für Sie oder Ihre Angehörigen? Lassen Sie uns gemeinsam in die Details eintauchen und herausfinden, wie diese Änderung das Leben vieler Senioren in unserem Land beeinflussen könnte. Zunächst einmal möchte ich die wichtigsten Fragen klären, die sich wahrscheinlich viele von Ihnen gerade stellen. Wer genau hat Anspruch auf diesen großzügigen Bonus? Wie kann man ihn beantragen? Und vielleicht am wichtigsten, was kann man mit dem zusätzlichen Geld alles machen? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, Sie sind 65 Jahre alt, haben Ihr Leben lang hart gearbeitet und beziehen nun eine stationäre Rente. Bisher haben Sie monatlich 3.000 Euro erhalten, sicherlich keine kleine Summe, aber in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten oft kaum ausreichend. Mit dem neuen Bonus würden Sie jetzt auf stolze 3.450 Euro kommen. Das sind 5.400 Euro mehr im Jahr. Lassen Sie das einmal auf sich wirken. Was würden Sie mit diesem zusätzlichen Geld machen? Vielleicht denken Sie an die lang ersehnte Reise, die Sie sich bisher nicht leisten konnten? Oder möchten Sie Ihre Enkel finanziell unterstützen, damit Sie eine bessere Ausbildung erhalten? Möglicherweise möchten Sie auch einfach etwas entspannter leben, sich ab und zu einen Restaurantbesuch gönnen oder ein neues Hobby anfangen, ohne ständig auf jeden Euro achten zu müssen. Aber lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und die größere Frage stellen, warum wurde dieser Bonus überhaupt genehmigt? Die Antwort darauf ist vielschichtig und zeigt, dass unsere Gesellschaft und die Politik endlich erkannt haben, wie wichtig es ist, die ältere Generation angemessen zu unterstützen. Die Regierung hat nach langen Diskussionen und Studien festgestellt, dass viele Senioren trotz jahrzehntelanger harter Arbeit im Ruhestand finanziell zu kämpfen haben. Die steigenden Kosten für Miete, Lebensmittel und Gesundheitsversorgung haben dazu geführt, dass die bisherigen Renten oft nicht mehr ausreichen, um einen würdevollen Lebensabend zu garantieren. Dieser neue Zuschuss soll daher die Lebensqualität im Alter spürbar verbessern und gleichzeitig die Kaufkraft der älteren Generation stärken, was wiederum positive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben kann. Doch wie funktioniert das Ganze nun konkret? Diese Frage beschäftigt sicherlich viele von Ihnen. Müssen Sie den Bonus aktiv beantragen oder wird er automatisch ausgezahlt? Und ab wann genau können Sie mit dem zusätzlichen Geld auf Ihrem Konto rechnen? Um all diese Fragen zu beantworten und Ihnen ganz genau zu erklären, wie Sie von diesem Bonus profitieren können, haben wir einen ausgewiesenen Experten eingeladen. Herr Dr. Klaus Müller von der Deutschen Rentenversicherung wird uns gleich mehr darüber erzählen. Er wird uns durch den Antragsprozess führen, erklären, welche Dokumente Sie möglicherweise benötigen und wie lange die Bearbeitung in der Regel dauert. Bevor wir zu unserem Experten kommen, möchte ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dazu einladen, einen Moment innezuhalten und zu reflektieren, was würde dieser Bonus für Sie persönlich oder für Ihre Angehörigen bedeuten? Welche neuen Möglichkeiten würden sich dadurch eröffnen? Vielleicht haben Sie Eltern oder Großeltern, die von dieser Neuerung profitieren könnten? Oder Sie selbst stehen kurz vor dem Renteneintritt und sehen nun einer finanziell entspannteren Zukunft entgegen? Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns zu teilen. Ihre Geschichten können anderen Zuschauern helfen und zeigen, wie vielfältig die Auswirkungen dieses Bonus sein können. Aber das ist noch nicht alles, was wir heute für Sie vorbereitet haben. Nach unserem Gespräch mit Dr. Müller werden wir uns ansehen, wie andere europäische Länder mit ähnlichen Herausforderungen umgehen. Gibt es vergleichbare Programme in Frankreich, Italien oder Schweden? Was können wir von unseren Nachbarn lernen und wo ist Deutschland vielleicht sogar Vorreiter? Zudem haben wir eine Finanzexpertin eingeladen, die Ihnen Tipps geben wird, wie Sie das zusätzliche Geld am besten einsetzen können. Ob Sparen für Notfälle, kleine Investitionen oder einfach mehr Lebensqualität im Alltag, Sie wird für jeden Bedarf Vorschläge haben. Bleiben Sie also unbedingt dran, denn nach der kurzen Pause erfahren Sie alles, was Sie über diesen neuen Rentenbonus wissen müssen. Wir klären detailliert, wie Sie ihn beantragen können, welche möglichen Fallstricke es zu beachten gilt und natürlich, wann Sie mit der ersten Auszahlung rechnen können. Und nicht zu vergessen, am Ende der Sendung beantworten wir live Ihre Fragen aus den Kommentaren. Also, wenn Sie spezielle Anliegen oder Unklarheiten haben, zögern Sie nicht, diese schon jetzt zu posten. Schalten Sie also auf keinen Fall um! Nach der Werbung geht es weiter mit Dr. Klaus Müller von der Deutschen Rentenversicherung, der uns alle Details zu diesem spannenden neuen Rentenbonus erläutern wird. Wir sehen uns gleich wieder!